Wieder jemand rum, hm? Guck, guck. Kucki. Kuckiläckchen. Guck, guck. Wer ist denn da hinten? Da hinten jemand? Guck, guck. Hinter dem Rücken ist irgendjemand. Das sind, glaube ich, zwei, gell? Ja, das sind zwei. Die verstecken sich jetzt, gell? Ja, da sind sie doch. Haben sie euch versteckt? Müsst ihr erst mal gucken, hm? Er traut dem Braten nicht so, gell? Ja, wieder weg.